Sie hören Das Erbe der Alten Dieks, eine Uhrmachersaga von Hendrik Lambertus, gelesen von Oliver Erwin Schönfeld. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Erster Teil 1766 Erstes Kapitel Hora Fugit Die Inschrift unter dem Ziffernblatt der Standuhr war mit geschwungenen Lettern auf Messing graviert. Sie schimmerte in dem gedämpften Licht, das durch Buntlarscheiben in die Diele hereinfiel und den Tanz unzähliger Staubkörnchen beleuchtete. Auch das dunkle, polierte Holz des Uhrenkastens glänzte. Hier verbarg sich das Pendel der Uhr hinter einer Tür, die als hoher Rundbogen gearbeitet war. Vornehm sah das aus. Ein bisschen wie ein Kirchenportal und ein bisschen wie die bauchigen Leiber der Violen und Gampen, wenn die Stadtmusiker auf dem Balkon des Rathauses aufspielten. Gesche mochte vornehme Dinge. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um besser zur Standuhr hinaufschauen zu können, wie sie es schon so oft getan hatte. Ganz oben, in mehr als sechs Fuß Höhe, war eine runde Öffnung eingelassen. Ein Schiffchen aus Zinn mit weißen Segeln tanzte dahinter auf gemalten Wellen. Mit jedem Pendelschlag bewegte es sich ein wenig vor und wieder zurück, als wäre es in einem ewigen Sturm gefangen und würde niemals einen Hafen erreichen. Besucher pflegten das mechanische Schiff besonders ausgiebig zu bestaunen, und das hatte auch Gesche einst getan, als sie noch ganz klein gewesen war. Inzwischen konnte sie darüber nur lächeln, denn ihr war längst klar geworden, dass die Uhr viel interessantere Geheimnisse in sich barg. Darauf verwies schon die Signatur, die sich rings um die Fassung des Schiffchens zog. Endpunkt Altendieck, Bremen, 1735. Endpunkt Altendieck, das wusste Gesche genau, war ihr Großvater Nikolaus. Er hatte die Uhr gebaut, lange bevor die Werkstatt von Vater übernommen worden war. Doch er hatte nicht etwa den Uhrenkasten zusammengefügt oder die windrosenförmige Intarsie am Sockel angebracht. Nikolaus Altendieck hatte etwas ungleich Spannenderes getan. Er hatte das Uhrwerk konstruiert und der Uhr so Leben eingehaucht. Eine Seele. Hora Fugit Hora, so nannte Gesche die Uhr bei sich, seit ihr der Großvater zum ersten Mal die Inschrift unter dem Ziffernblatt vorgelesen hatte. Hora war die unbestrittene Königin der Diele, das erste, was ein Besucher sah, wenn er von der Straße hereinkam. Natürlich hatte Großvater ihr auch die Bedeutung der Inschrift erklärt. Die Stunde eilt dahin. Doch die Zeiger der Uhr bewegten sich bedächtig über das Ziffernblatt aus Messing, so langsam, dass man es fast nicht bemerkte. Schon manche kostbare Minute hatte Gesche damit zugebracht, einfach nur auf der Diele zu stehen und Hora, die Familienuhr zu betrachten. Dann eilten ihre Stunden nicht, sondern kamen zu ehrfurchtsvoller Ruhe. Bis man sie wieder zu einer ihrer Hauspflichten rief. Gesche ließ sich nicht gerne rufen. Die anderen wussten das, missbilligten es und hatten sich in den zehn Jahren, die Gesche nun schon auf dieser Welt weilte, fast daran gewöhnt. Jene verhassten Stunden, in denen sie Lisa in der Küche helfen musste, vergingen besonders langsam. Von Eilen konnte dabei keine Rede sein, ganz egal, was dort oben auf Messing geschrieben stand. Konzentriert betrachtete Gesche die Zeiger. Wenn man genau darauf achtete, bewegten sie sich doch, glitten von einer der auf Zinn geprägten römischen Ziffern zur nächsten. Eine Ahnung vom Verrinnen der Zeit bekam sie in jenen herrlichen Stunden, die sie bei Großvater in seiner Kammer verbrachte und ihm aus seinen Büchern vorlas, so wie er Gesche früher die Inschrift vorgelesen hatte. Eine Stunde bei Großvater war genauso lang wie eine Stunde in der Küche, so lang wie Gesches kleiner Finger, der exakt in die Lücke zwischen zwei der Ziffern passte. Und doch waren es in der Küche zermürbende Ewigkeiten und in Großvaters Kammer flüchtige Momente, ehe man sie wieder zu irgendeiner Pflicht rief. Wer in einem Uhrmacherhaus aufwuchs, entwickelte schon früh ein Gespür für die veränderliche Qualität der Zeit. Und wer die Enkeltochter von Nikolaus Altendieck war, wurde zudem in ihre Mysterien eingeweiht. Schon oft hatte Großvater die Abdeckung geöffnet und Gesche hochgehoben, damit sie einen Blick hineinwerfen konnte auf das Uhrwerk, das schlagende Herz von Hora.